Heute möchte ich dir zeigen, wie du die gelehrten Sandalen des Gesellen herstellen kannst. Dafür schauen wir einmal auf Schicksalsbrett. Das öffnest du mit der Taste B. Dann geht es hier rechts Richtung Handwerk und dann hier einmal runter. Hier kannst du sehen, dass du 480 Ruhmpunkte brauchst. Die erreichst du, indem du T2 Ausrüstung herstellst und somit dann T3 hier freischaltest. Unter anderem die gelehrten Sandalen des Gesellen. Und wenn du das erledigt hast, dann gehst du hier zum Magiaturm des Gesellen, klickst hier einmal auf den Helm und dann findest du hier unten die gelehrten Sandalen des Gesellen. Und um die herzustellen, brauchst du 8x ordentlichen Stoff. Und dann kannst du die fertigen und sobald du die gefertigt hast, landen die hier bei dir im Inventar. Und jetzt kannst du die entweder anlegen oder du verkaufst die am Markt oder du kannst die hier im Magiaturm untersuchen und bekommst dann 165 Ruhmpunkte und erreichst somit schneller T4.